Also für die, die es vielleicht nicht so können, wir machen ein langsames Reihenfeuer, ein schnelles, ein Salud. Ich gebe das Kommando und nicht, dass ihr denkt, wenn die geschossen haben, hören wir auf, dann mache ich auch noch einen Schuss. Die Leute haben die Hände weg und dann mache ich plötzlich noch einen Schuss. Okay? Deswegen. Gemeinsam verdämmen. Zünder setzen. Zum gemeinsamen Reihenfeuer von links nach rechts. Hochblick an, spannt die Hand, geht Feuer. Zum schnellen Reihenfeuer von links nach rechts. Hochblick an, spannt die Hand, geht Feuer. Zünder setzen. Ja, Mensch, Dieter, nur unser Glückwunsch. Bleib so bis bis, bleib zufrieden, bleib gesund und bleib uns erhalten. Bist sowieso immer dabei. Herzlichen Dank, dass du immer dabei bist. Wir machen jetzt nur einen Ehrensalut. Auf dem Dietersein 60. Robert. Warte mal. Zum Salut. Hochblick an, spannt den Hand, geht Feuer. Das war top. Ne? Das war top. Ja, war gut. 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 Let's. Well, let's go. Vielen Dank.